Hi Leute, es geht weiter mit Shrine. Es hat eine Weile gedauert, bis wir wieder die Zeit gefunden haben, weiter aufzunehmen, aber jetzt geht's weiter hier auf dem Drachenfriedhof. Ich bin auch wieder mit Facecam mit dabei, hab schon wieder vergessen, sie ein bisschen weiter nach oben zu rücken und der Text überlappt jetzt wieder leider, oder die Kamera überlappt leider wieder den Text. Und wir haben das erstmal mit dem Server hier rausbekommen, aber es hat alles geklappt und Neat Games ist auch wieder dabei. Hallo! Hi, hallo! So, jetzt können wir auch weiterspielen hier, lustig, fröhlich. Neat Games, hast du denn geübt? Ich hab geübt, ja, und der Magier kann coole Sachen, der kann nämlich nicht nur Kisten machen, der kann auch Plattformen machen. Ist das so? Ja, wenn ich nur die Plattform so machen könnte, dass sie mir nicht auf den Kopf fällt. So. Oh! Aha, ha, ha, aua. Aber er stirbt natürlich trotzdem. Ich hab aber trotzdem auch gelesen gehabt, dass er... Ey, guck mal, der Klopzi, der kann hier auf den Ketten laufen. Das kann die Diebe nicht. Oh, der Klopzi kann sich aber auch an den Morgenstern vertetzen. Ja, das ist klar, aber trotzdem hat er es geschafft. Oder er stirbt hier unten und weg war. Ja, ist egal. Sie ist mir eh wichtiger. So, wie ging denn das jetzt nochmal mit dem, ähm... Mit allem? So, kann ich dich jetzt eigentlich... Ach ja, ich könnte ja die Kugel auch einfach mal nach oben... Ah, Entschuldigung. Ja, wenn man mit dem Magier... Oh, tja, das war's mit dem Magier. Du bist wieder einmal alleine. Ich bin alleine, ja. Ja, guter Auftakt. Das ist ja alles halb so wild. Oh, da drüben ist ein Skelett. Musst aufpassen. Ja. Ach, ich hab einen großen Gesundheitstrank aufgenommen. Ich glaub, indem ich diese... Oder? Oder nicht? Aber hier unten ist auch noch irgendwas. Warte mal, da will ich hin. Oh, da kann man... Kann ich da... Wie komm ich denn da hin? Hä? Ich dachte, man kann da raufküpfen, weißt du? Ja, ich geh scheiß drauf, aber wie komm ich da hin? Ach, man kann von links da rüber hopsen und dann nach rechts, aber man kann nicht... Ich wollte immer da rauf und dachte, dass die grüne Dings da... Erfahrung da liegt. Guter Einstand. Ist doch ein guter Einstand. Ja, sie kommt nicht durch die Ketten, er schon. Ja, es ist irgendwie... So, und ich dachte jetzt eben, dass ich... Jetzt eben die Kette... Jetzt könntest du durch. Danke. Das ist gut. Und du? Ich versuche mal ausnahmsweise schnell zu sein und nicht runterzufallen. Ist mir auch mal gelungen. Einmal. Vielleicht auch zweimal. Okay, das ist natürlich auch eine interessante Variante. Ja, man kann man hier doch... Na, Manno! Ich hab doch da gerade auch drauf gestanden. Aua. Nicht, nicht dahin! Ne, ne, ich versuche jetzt mal... Die Kugel... Ich kann ja Kloppsi spielen, stimmt. Ja, genau, du kannst wechseln. Ich hab übrigens ja mal... Weg war, ah. Ich kam nicht mehr raus da. Ja, ja. Ich hatte irgendwann mal geguckt, wie die eigentlich heißen. Die haben ja einen Namen. Steht bei mir in der Videobeschreibung. Also, äh... Er hieß, glaube ich, Pontius. Pontius heißt der, äh... Der Kloppsi, glaube ich, ja. Ich glaube, wir sollten ihn mal Pontius nennen. Ja, so kann man natürlich auch sterben, mit Schwung. Boah, wir sind voll schlecht gerade. Ja, es ist ja auch schon eine Weile, die wir das letzte Mal gespielt haben. Leute, ihr müsst uns da ein bisschen nachsicht... Wir müssen uns ein bisschen aufwärmen hier. Ja, genau. Das ist so schön, das ist so nervig hier. Ja. So. Aua! Ah, ich hasse das. Ja. Ja, ohne deine Hilfe komme ich da halt auch nicht raus. Ah, okay. Durch den noch mal... Ah, doch. Ich lasse den mal... Ähm, ja, wenn du natürlich meine Brücke kaputt haust. Das war nicht mit... Absicht. Äh, so, und jetzt... Ich versuche jetzt mal, das würde mir aber wahrscheinlich auch nicht gelingen, zurück zu der blauen Kugel zu kommen. Ja, aber du kannst die Kugeln ja auch wegschwimmen lassen, also... Oh, das war jetzt aber nicht schlecht. Ja, ha, 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 ha. Wenn man mal von dem Dreimalsterben abzieht... Jetzt habe ich dich eingesperrt, sorry. Ich kann die Dinger übrigens auch wieder hochheben und rotieren lassen. Geht auch. So. Ja. Ja. So. Wie will der denn das jetzt da schaffen? Ja. Was machst du mit ihr? Ja. Ja. Du hast gerade eine sehr epische Musik im Hintergrund. Ja. Ich muss das Skelett töten. Tu das, bitte. Ich habe es zu tun. Ich weiß nicht, was du machst. Ich versuche, dir zu folgen. Aber natürlich gelingt mir das irgendwie immer nicht so gut. Nein. Tot. Na komm. Ja, klopp sie an die Macht. Oh, wir sollen ja nicht klopsen. Nächste Zauberkugel. Wenn wir sterben, dann kommen wir woanders an. Bei ganz vielen Skeletten. Kommt alle her zu mir. Du hast nicht wieder belehnt. Kommt her. Kommt, ich mache mich Platz hier. Nächste. Ach, man kann ja hier runter auch. So, mit den Plattformen kann man nämlich auch die Skelette kaputthauen. Ohohohohoho. Ui. Wenn man sie sieht. Aber Klopsi ist da natürlich viel schneller. Pontius. Bitte. Pontius. Ah, Entschuldigung. Pontius Klopsi. Pontius Klopsi. Wer haut mich denn hier die ganze Zeit? Sag mal. Das, das unsichtbare ist, ne? So. Ist doch auch nichts los. Bogen auf mich. Ach, da kann man unten hin ohne zu sterben. Das ist ja schön. Das ist ja mal schön. So, wie kommt man da jetzt wieder hoch? Ah. Ja. Nun schwenke dich, Lieben. Und deren Namen, ich vergesse mal. Soja, glaube ich. Soja oder Sojamilch. Nein, mit Z. Autsch. Da oben schießt einer mit dem Bogen auf mich. Ah, okay. Jetzt hab ich ihn. Ach so ist das. Ja, ja, ja. Der ist ganz fies zu mir. Und gut, dass ich da mitten in der blauen Kugel stehe. Ja, mach ein Heer, du. Mach dich auch platt da oben. Jawohl. Sehr gut. Aber wie kommt man da rauf? Herr Fischer, Herr Fischer. Wie kommt er da rüber? Moment. Wo kommen wir zu mir genau? Äh. Bäm. Mit Z. Äh. Na, du hast es geschafft. Und hab schon mal das nächste Skelett kaputt gemacht. Sehr. Sehr, sehr schön. So. Aber da kann ich mich auch nicht. Kann ich nicht immer ranhängen? Hier kann ich mich den ranhängen. Warum rutschst du immer ab? So. Ach. Stopper. So, jetzt, wenn du hier nach oben kommst, dann könntest du mich hier rüberfrachten. Klitzeklein Moment. Ich bin hier gerade am Lego-Baum. So. So. So, was kann ich dich anschieben? Äh, du kannst mich da rüber schieben. Ich trinke mal einen Schuppen. Nein. So. Bitteschön, die Dame. Weiter geht nicht. Ja. Moment, geht los. Ähm. Ui. Bin ich hier im Feuer? Das ist schön. Meinst du, dass das schön ist? Was ist denn? So, ich hab die nächste Zauberkugel erreicht. Ja, schön. Kannst ruhig verrecken. Hä, 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 hä. Hä. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, sehr schön. Sehr schön, ja. Ich könnte es natürlich auch mit Zauberei versuchen, aber wenn du nicht so ungeduldig bist... Ja, warum sollte ich auch die Geduld haben? Das Spiel kann ja auch schnell gehen. Ah, du hast mal einen bekommen. Ja. Okay, aber wie kommt man denn da jetzt raus? Autsch. Du kannst hier wieder rüber. Also hier rauf, einfach springen und so. Aber ich habe immer Angst vor dem Ding da oben. Ich kann es festhalten, wenn du willst. Pontius kann ja auch an die Ketten hochdingsen. Oh. Entschuldigung. Das war jetzt das zweite Mal. Ey. Verzeihung. So, jetzt komme ich nie wieder hoch. Ich nehme dir das jetzt aus dem Weg, okay? Sehr, sehr freundlich. So. Naja, tut sich zu viel. Ja, okay. Ja, danke Controller, dass du jetzt wieder genau in meinem Weg bist. Na. Ja, das ist auch gut. Jetzt? Wo willst du hin? Warum kommen die hier über dir? Warum kannst du nicht wieder einfach hochspringen? Geht schon wieder nicht. Jetzt. Sehr gut. Ja, ja. So, und jetzt kannst du hier den Pontius mal nehmen, weil der kann sich hier mit dem Schild, so, weißt du, so. Oder, ja gut, dann gehe ich mit der Diebe hinüber und dann kannst du kommen. Genau. Wenn sie nicht gestorben wäre. Wenn sie nicht gestorben wäre. Oder oben ist es auch ganz schön grün. Ganz oben. Und jetzt? Das ist ja, ja. Wenn ich so mache, dann warte, ich mache dir den Weg frei. So, ja. Man kann natürlich auch wieder hier rauf. Das würde auch gehen. Ach, ja. Dann könnte man nämlich mit... Einer steht hier drauf. Der andere wird noch oben gebracht. Nee, das... Bringt das was? Doch, das würde was bringen. Kannst du nochmal nach links kommen, bitte? Und nicht nach rechts versuchen zu gehen? Ich tue mein Möglichstes. Weil, wenn du hier mal einmal drauf springen würdest... Wo drauf denn? Hier, wenn du nochmal nach links kommst, auf die Plattform, die sich nach oben und oben bewegen. Dann kann ich mir das grüne Ding noch schnappen, was uns da fehlt. Weil das geht nur, wenn einer hier noch drauf geht. Wir sind ja ein bisschen schneller gesessen. Weißt du genau. Okay. Ich muss aber einmal kurz nochmal... Ja, genau, dass ich da hoch komme. Dann ist die du nach oben, oder? Ja, aber ich muss auf die andere Seite, wo du bist. Du müsstest jetzt eigentlich nach oben springen und das grüne Ding dir holen. Also, mit dem Magier springen. Sehr lustig. Ja, dann komme ich zu dir, aber dann musst du rüber. Ja, nee. Passt du, oder? So, jetzt musst du rüber. Kleinen Moment. Ich mache es mir nur ein bisschen einfacher. So. Bin drüben. Jetzt kannst du mich nach oben bringen. Jawohl. Wow. Juhu. Juhu. Das ist doch mal ein Kuhwerk. Drei grüne Flaschen. Hat sich also definitiv gelohnt. Von hier unten komme ich auch ans Skelett. Ach, hey. Ja, wir kommen hier ans Skelett. Tja, und ich bin abgestützt. So, wo ist denn mein Cursor? Hier ist er. Komm runter, Plattform. Ah, jetzt bin ich voll in den Pfeil reingesprungen. Ich doofe. Moment, ich bin in der Nähe von der blauen Kugel. So, ich habe dich wiederbelebt. So. So, nächste blaue Kugel erreicht. Sehr schön. Dann geht es wieder los hier. Nein, 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 nein. Das ist scheiße. Das ist scheiße. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich schon mal war. Keine Ahnung, wie wir das hier vor allem zusammen schaffen sollen. So. Das ist richtig knifflig. Ich weiß auch nicht, wie ich da... Du musst eine Plattform erstellen, anders geht das gar nicht. Ich tue mein möglichstes. Ich versuche jetzt mal eine... Okay. Also man muss sagen, der Magier kann... ...sehr große Plattformen erstellen. Aber wenn sie so groß sind, dann kann man nicht an ihm hochklettern, weil sie dann zu steil sind. Versuche es. Nein, nein, nein. Komm schon, komm schon. Was macht der Need Games denn da schon wieder? Er übt mit seinen Plattformen. Er übt mit seinen Plattformen. Du sollst hier herkommen. Dette, dette, dette. Ja. Was denn? Was machst du denn? Dann nimm doch einfach die Diebin kurz. Du musst doch nicht immer den Magier nehmen. Aber die Diebin ist deine Domäne. Ist doch egal. Hauptsache, du kommst voran. Jetzt. Du musst bloß noch warten, bis die Kugel in dem geeigneten Winkel steht. Kannst du auch Pontius nehmen mit dem Schild. So. Hallo. Hallo. So, komm. Und da unten ist es stachelig. Ja. So, was möchtest du denn jetzt gerne haben? Ja, wir müssen da hoch. Ach so, und ich darf dafür sorgen, oder? Ja, anders weiß ich nicht, wie es sonst gehen soll. Das ist ja lustig. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, eine Kiste zu zaubern oder eine Plattform. Falsch, Moment. Halt doch einfach mal die Füße stehen. Aber wenn ich so stehen bleibe, dann kannst du... Warte, warte, warte. Jawohl. So, jetzt kannst du die Diebin nehmen. Ja, ich weiß bloß nicht, ob das noch besser wird. Weil ich habe jetzt... Und ich mache als Magier dir dann so eine... Ja. Ne, das funktioniert nicht. Guck mal, wie schön das hält. Tja, super. So, jetzt ist die Diebin wieder da. Da steht ein Brett jetzt längs. Du musst eigentlich nur hochklettern. Ja. Ja. Ja, ich dachte, es fällt noch... Okay. Aber du... Wir stehen... Die Zauberkuhl ist direkt hier. Ach, irgendwie. Wie macht man denn so eine Bretter? Einfach gerade ziehen. Also nicht ein Tiereck, sondern einfach gerade. Genau. Dann kommen voll die fetten Teile raus. Damn. Jawohl. Yay. Na. Boah, eine mit einer Errungenschaft. Yes. Puh. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Der Zauberer konnte immer noch keine Antwort finden, warum sie im Trine gefangen gehalten wurden und warum sie nicht durch die beschützenden Zauber verletzt wurden. Hört, hört. Oh, das ist ja schön hier. Es ist auch schön, gerade mal ein bisschen wegzukommen von diesem ganzen Feuer-Skelett-Trubel irgendwie. Einfach mal so ein bisschen was ruhiges, atmosphärisches. Ja, und es wäre schön, wenn keine Hot-Polz-Fleckchen... Ruhig und atmosphärisch. Ja, das funktioniert wohl nicht. Ja, das funktioniert nicht. Das habe ich mir so gedacht. Autsch. Ja, aber man muss auch mal, um voranzukommen, das kurz in Kauf nehmen. So, wo sind wir denn jetzt, wie schön ist? Wieso? Du kannst wieder die Diebe nehmen. Nö, ich bin schon da. Oder die Sojamilch. Ich weiß es nicht, die Sojamilch. Lass dir das bloß nicht hören. Hey, Soja. Ich habe dich Sojamilch genannt. Du kannst ja auch bei sowas den Pontius spielen, das weißt du, ne? Ja, aber ich kann ihn auch mit meiner Kiste zerquetschen. Das geht auch. Da ist so eine Faust Gottes wieder. Wolle ich dich da irgendwie... Soll ich da mit dir was machen? Ja, bestimmt. Damit kannst du schwingen. Damit das Zeug runterkommt wahrscheinlich, ne? Moment mal. Ich sehe sie bloß nicht so gut. So. Du musst über den Balken springen. Ja, ich fürchte auch, oder? Oder aber? Oder aber? Blöder Zauberer. Geht, spring doch einfach drüber. Einfach. Du bist lustig. So. Einfach. So, die Faust schwingt doch jetzt schön. Was muss ich da noch machen? Das ordentlich nochmal gegen Bollern, damit die Flaschen runterfallen. Meinst du? Bestimmt. Ordentlich mit Schwung jetzt. Richtig, oder? Bum. Ja. Oh Mann. Was wollt ihr denn? Weil ich kann mich da nicht ranhängen. Nö. Hm. Du könntest aber vielleicht mal versuchen, das Seil abzuschießen, oder? Das ging doch auch mal irgendwie. Stimmt, das ging doch mal. Ja. Ah. Aua. Dankeschön. Das war nicht so schlau. Und dann hätte ich das bestimmt... Oh, ich komme nicht mehr raus. Das ist ja schön. Ja, genau. Chaos nach. Das ist die Frage, wie kommt man denn dann da oben ran? Hm. So kommt man ran. Das darfst du dir jetzt holen. Das hast du sehr toll zaubert. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr... Äh. Was muss man da jetzt machen? Äh. Kann da ein Brett hin, oder dann kommt man da durch die... Nee. Könnte man da ja auch nicht springen. Kann ich da die Faust nehmen und dagegen deppern? Ja, dann schnapp dir die Faust. Nee, die ist rot. Da ist meine Hand rot. Die kann ich mir nicht schnappen. Guck mal hier, die kann ich nur runterschieben. Uff. Und das ist eine Rambock. Ja, oder zum Rausspringen. Da hätte man auch eine Kiste nehmen können. Ja, ich weiß. Hau doch mal. Ja, genau. Hm. Okay. Das ist jetzt nicht so schön. Ah. Ah, hier kann ich irgendwas machen. Ja, aber nicht wirklich, nein. Hm. 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 Schwierig. Ja, das ist jetzt mal herausfordernd. Muss man da ganz rauf, nee, oder? Mach mal nochmal eine Kiste. Hier auf die Faust. Okay. Bitteschön. Das ist ziemlich hoch, aber vielleicht soll es ja auch so sein. Hm. Hier ganz oben würde ich sagen, geht es nicht weiter. Nee. Dazwischen irgendwie, aber vielleicht hätten wir die Faust wirklich anders hier runterfallen lassen müssen. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Jetzt, Moment mal, jetzt geht's. Ah. Ja. Vielleicht, ja. Moment. Nein. Nicht draufsteigen. Entschuldigung. Ja, aber wenn sie halt damals runterfiel, damals vor ein paar Minuten, dann war da ja mehr Schwung bei. Ja, deswegen dachte ich, ich könnte die vielleicht wieder... Ah. Gemeinsam irgendwie. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Komm her, du. Kacke, Jacke. Ja, und so macht einfach der Pontius meine Kisten wieder kaputt. Ja, ich bin ja auch nur mal gerade am Kämpft. Deine Kisten kann nicht jeder Rücksicht nehmen. Das ist wohl wahr. Wie man gerade sieht. So. So. Hier. Auch nicht schlecht. Da unten ist ein Skelett. Oh. Oh. Oh, man kann schwimmen. Oh, man kann schwimmen. Möchtest du halt mit Pontius mal kämpfen. Du hast doch ein Schild. Der ist aber auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich ihn, aber... Wie, der ist auf der anderen Seite? Der hat mich mit einem Flammenwerfer praktisch gehakt. Ja, also ich war schwimmen und tauchen. Schön. Aber übrigens, Soja war schwimmen und tauchen. So. Ah, da oben ist schon wieder einer. Na, wo ist denn mein Cursor? Ha, ha, ha. Oh, no. Oh, jetzt kommen wir alle. Oh, no. Die haben Schilde, das ist gemein. Da ist die nächste Kugel. Das ist schon mal gut. Und da kommt das nächste Feuer. Ha, nix mehr. Ah. Noch einer. Du weißt nicht, mit wem du dich da anlegst. Wir sind die Trine. Mit dem bösartigen Meat Games. Wir sind die gefährlichen Trine-Geschwister. So. Ich würde gerne hier oben links nochmal an die Tränke ran, aber warte mal, ich nehme mal kurz, wenn ich darf, den Zauberer. Darfst du. Aber ich habe keine Ahnung, was hier... Ach doch, mit dem Brett wieder. Stimmt. Das könnte klappen. Mit dem Brett. Wie abfällig das klingt. Ja, das ist ja auch nur der Zauberer. Ja, der Zauberer. Mit seinem Brett halt. So ein alter Knacker. Stimmt der Zauberer gerade? Ähm, nö. Nein. Muss ich mal vielleicht Teamwork machen oder so? Du warst noch gar nicht tauchen, das ist voll geil. Das ist auch ganz still da unten. Wo war ich? Tauchen. Ach, tauchen? Ja, du kannst hier ins Wasser und dann runter. Und komme ich dann auch wieder raus? Ja, ja, du kannst einfach tauchen gehen. Oh. Das ist schön. Ne? Sehr cool. Oh, ich habe da unten was aufgesammelt. Mannertrank aufgenommen. Ja, hey, habe ich schon drei Sachen aufgesammelt. Ja, du. Bei dir ist das ja normal. Sag auch nichts mehr. Ja. Und hier sehen es die Leute auch. Bei mir, ich muss es kommentieren, bei mir ist das immer was Besonderes und die Leute sehen es nicht. Ich bin der traurige Arminütke. Nein, bin ich nicht. Ich bin froh. Ich bin froh. So. Worüber bist du denn so froh? Generell, dass ich das jetzt mit dem Magier einigermaßen, einigermaßen kann. Dieses Let's Play im Allgemeinen, ich finde das ein total cooles Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Das ist ein total cool, dass wir das im Koop machen. Ich finde das super. Ich glaube, im Koop macht das auch irgendwie wahrscheinlich gut. Jawohl, das ist auch ein Spiel, was alleine Spaß macht. Ja, das kann ich schwer sagen. Muss man wahrscheinlich mehr durch wechseln. Da kann man sich dann nicht so ein wenigstens... Ich habe keine Ahnung, wie ich hier oben rankomme. Da oben links sind grüne Tränke. Ich will da ran. Warte mal. Ich komme mal kurz mit dem Magier nach oben und dann gucken wir mal gemeinsam, ob ein Brett hier was helfen kann. Ja, mach da mal ein Brett hin. Ich weiß nicht, ob der so lang kann. Ja, das habe ich schon probiert. Und dann, ah, du hast es sogar geschafft. Du hast es geschafft. Ja. Bei mir ist es nämlich runtergeknallt. Du kannst mit der Diebin gut umgehen. Ich mittlerweile einigermaßen mit dem Magier. Einigermaßen mit dem Magier. Das könnte gut sein. Da oben ist wieder so eine Kiste. Okay. Ich kann da ja ran. Was kann ich jetzt dann machen? Außer dich schwingen? Ops. Hm. Boah. Autsch. Der Interhaken greift nur. Hältst du noch... Ja, ja, ich weiß. Okay, was ist jetzt da unten? Stirbt man da unten? Oder... Soll ich mal ausprobieren? Ja, ich probiere es aus. Ich springe in den Tod. Nein, man kann wieder tauchen. Das ist schön. Und zwar ziemlich geil. Tief tauchen. Ich glaube, du solltest hier mit runter. Weil hier geht es weiter. Da unten geht es weiter. Ich kann aber die Brücke hier... Könnte ich wieder... Also gut, ich komme runter zu dir. Ja, da hast recht. Da oben ist noch was. Da komme ich nochmal eben hin vielleicht. Zip, zip, zip. So. Ich weiß... Levelaufstieg wird mir jetzt gerade angezeigt. Bei dir auch? Rechts oben? Ja, aber ich muss irgendwie nochmal hier rüberkommen. Kannst du nochmal einmal die... Nehmen, Wasser kannst du nicht, ne? Ich versuche mal. Wasser? Dann kann ich kurz in die grüne Flasche und dann geht es runter. Ne. Also du meinst, es geht unten weiter? Ja. Schon vorgeschwommen? Oh ja und wie? Uiuiui. Ich warte mal auf dich. Ne, ich... Wie denn? Ich muss doch hier mal rüberkommen. Und ich kann mit der Diebe nirgendwo mit einem Haken ran. Ich brauche den Magier. Äh, okay. Dann bin ich jetzt Pontius. Oh, der kann sogar mit seiner Rüstung schwimmen. Ja, dann machen wir das so. Ja. Ah! Autsch! Das tat weh. Ja, okay. Das... Oh Gott, ich bin immer so voll dabei hier. Mein Pontius geht jetzt aber unter. Also ich komme mit dem Magier auch gut vom Springen her zurecht. Ich kann mit dem genauso springen wie mit der Diebe. Du kannst das, wie schon gesagt, ich habe mit meinen Einstellungen... Ja, es hat den Tipp gegeben für dich, du könntest ja mal mit der Tastatur spielen zu dem Thema. Das macht es bestimmt viel besser, ja, ja. Ja, wieso? Wenn du dann besser springen kannst. Ich fand das gar nicht schlecht. Ja. Ich glaube, da kannst du nur mit der Diebe rauf. Ne, ich bin doch gerade mit dem Zauberer rauf. Nur wenn du dagegen bist, dann kann das Holz sich nicht verändern. Okay. Siehst du? Ne, das kann ich nicht mehr. Keine Chance. Ich kann ja von unten rum und das Brenn mehr dahin schieben. So. Ja. Ja, oh, wir müssen auch mal einen Cut machen, Leute. So, ich habe die Zeit. Ich bleibe mal hier hängen. Und dann, äh, Leute, sehen wir uns im nächsten Part von Trine. Und, äh, ja, bis dann. Ciao.